Hallo liebe Freunde der Orgelmusik. Herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Bald beginnt ja die Passionszeit mit etwas gedämpfterer Musik, aber heute können wir uns noch mal richtig krachen lassen. Glücklicherweise hat Paul Fey ein neues Trampetune komponiert und das klopfe ich gleich mal in die Tasten. Morgen im Gottesdienst singen wir den Choral, mir nachspricht Christus unser Held. Und darüber hat Johann Gottfried Walter einige Variationen komponiert und die spiele ich mal vorweg. Damit viel Spaß, macht's gut, bleibt gesund, tschüss und bis zum nächsten Mal. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020